jo leute was geht ab ich mache ein neues video auf meinem kanal und zwar wie kommt heute rette die welt ministen mina paket da drin ist auf jeden fall ein skin rücken 1000 wibach und noch etwas so ein ticket leute ich blende jetzt das video einmal ein jetzt haben wir auf jeden fall rette die welt gekauft dem paket für 16 euro auf jeden fall und jetzt gehen wir rein ich bin so gespannt ja wir gehen rein leute ich habe gehört wenn ihr den paket kauft ihr müsst noch etwas ein bisschen spiel mission machen und dann kriegt er es den skin und die wibach muss dir ihre aufträge machen von ministern mina paket heißt es dann kriegt erst die 1000 wibach und es laget ihr könnt so lange ein leichter lassen kann abonnieren und die glock aktivieren würde mich echt sehr sehr freuen ja leute jetzt hat's begonnen oh mein gott oh mein was denn hier passiert oh mein gott der sturm was geht denn hier ab das glaube ich unsere heimat sie ist ganz alleine wir müssen sie helfen los geht's dein kampf beginnt you fight beginnt hey wir klettern immer hoch nein die zombies die zombies schneller 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 wie bei zeichen klicken ja oh mein gott oh mein gott oh oh mein gott oh was denn passiert ich bin rei und wir unterstützen den kommandanten oder zumindest täten wir das wenn wir ein kommandant und wie an der über zu erkennen überleben wir allein keine sekunde im sturm noch mal das ist keine über okay das erklärt auf jeden fall die monster oh mein gott ich bin nicht mehr so schnell nur so nebenbei unsere mission war es den sturm zu verhindern also weiter zu plan b plan b habt ihr was leute irgendwas kommt schon ein ich glaube ich habe gerade b gefunden ramiere es hier ich brauche verstärkung verstehe laut und deutlich überlebende schritt jetzt meine ich dass sie es hört bitte dranbleiben lass mich nicht warten also klartext mal überlegen gegen die mächte des bösen zu kämpfen wir brauchen dringend einen kommandanten und ich glaube du hast das talent dazu das ist der alte noch gehen leute verstanden. Waffen und Gebäudesysteme gehen online, jetzt! Und was sollen sie jetzt machen? Oh mein Gott, sie ist so Mist. Okay, easy peasy. Wir machen Headshot in seinen Kopf rein. Los, 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 schieß, schieß. Die dürfen nicht losgehen. Nachlaufen. Schieß, 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 schieß. Waren das alles? Ja. So wird's gemacht, Kommandant. Äh, meine Einstellung? Hä, warum habe ich diese Einstellung? Okay, wir haben's jetzt kaputt gemacht. Kann man das hier irgendwie kaputt machen? Dass man, glaube ich, XP kriegt? Ich weiß das nicht so genau. Aber ich glaube nicht. Äh, was ist das? Ach so, Lichter. Oder? Finde einen Ausweg aus den Höllen. Höllen. Tut mir leid. Okay, los geht's. Finde einen Ausweg aus den Höllen. Höllen. Machen wir kurz kaputt. Wir bauen... Äh, ach so. Noch nicht. Ich dachte, da war der Ausweg. Hier ist aber der Ausweg. Oh mein Gott. Oh, ich hab mich erschrocken. Oh, da ist ne Kiste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehr gut. Ähm. Das hast du hervorragend gebaut. Ich muss es dir... Ich muss die einstellen gleich ändern. Dann. Oh. Wir brauchen einige Handwerksmaterialien. So dafür auch ein paar Autos und Bäume. Okay. Verstanden. Hier sind Bäume. Hier ist ein Auto. Das ist kein Baum. Das ist ein Baum, glaube ich. Ja. Ich meinte den da hinten. Schrauben. Okay, wir machen einfach jetzt, äh, die Autos kaputt und das. Was ist das? Ist das ein Auto? Finde Schrauben und Muttern von... Okay. Das wäre alles. Das wäre alles. Das wäre zum Herstellen einer Basis. Muttern. Was ist das? Ist das ein Auto? Oh. Oh. Wir können craften. Also man kann erstellen. Ich habe ein Schwert. Oh. Oh. So die Waffen zweimal klicken. Tut mir leid. Herstellen. Also ihr müsst da einfach drei, äh, zweimal draufklicken. Aber ich hab's da unten nicht dran gemacht. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Oh mein Gott. Da vorne. Aus der Karte markiert davon. Was passiert denn da? Ja. Bauen wir mich hoch. Los. Ich versuche ein bisschen von hinten zu helfen. Okay. Das sind die zum... Ich muss da hin gehen. Zu unserer Base. Okay. Ich komme. Draußen. Zei dich da draußen am... Amiris an. Tja. Hörst mir Amiris. Los. Ihr müsst durchhalten. Ich helfe euch noch. Wartet. Los. Schieß. 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 Ah. Ich schieß ein bisschen von hinten. Dass sie mich nicht angreifen. Na bemerken. Und wir sind drinnen Leute. Und wir töten bis zum Zombies. Ich glaube. Also ich hab fallen. Die liegt gleich mal. Glaube ich. Ich muss die glaube ich legen. Glaube ich. Oder? Äh. Wir schießen jetzt mal wieder. Ja. Kann ich irgendwas bauen. Na. Achso doch. Ich hab bearbeitet. Geh alle tot. Wir werden dich schon fast abgeschrieben. Einsam. Hast du nicht. Wie lautet unser Status? Grenniert dich bei dir auf. Grenniert dich bei dir auf. Grenniert dich bei dir auf. Sind wir alle so gut wie tot. Wir arbeiten daran. Okay. Wozu sage. Wir geben dir Deckung. Okay. Jetzt. Ja. Fein. Äh. Mit Y. Okay. Los geht. Legen. 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 Wir geben dich in den Schutzbunker. Okay. Das glaub ich ist der Schutzbunker. Achso. Ich kann hier nichts kaputt machen. Und ich kann einsammeln. Schrauben! Danke! Okay. Ich glaub man kann hier nichts mehr einsammeln. Hier sind die, äh. Retter kann man sagen. Die wir gerettet. Oh. Ein Raketenwerfer. Ein RPG. ich bin so gut ich bin so gut die ganze Zeit eine Rakete eine Art Rakete eine bessere Rakete konnten wir gar nicht finden das kann ja dann lass uns starten wo geht's runter wir gehen jetzt die Treppen runter wir müssen glaube ich da hin hüpfen wir machen die Raketen stopp das geht nicht Blu-Glo also das glaube ich ja Sammeln Blu-Glo das ist noch eins hinter dem Schrank kann man sagen oder Strom irgendwas egal und davon ist noch ein haha soll ich kommst du mich an Munition ok wir müssen durch ja 3 Blu-Glo ok jetzt können wir glaube ich die Rakete starten ich sammle das erstmal ein ok 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 starte ähm ja das geht ja wie ich muss hier schnell raus ich muss also schnell weg ich 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 oh äh wir kriegen Besuch von Zombies glaub ich wieder ja verschwinde von dort ok ich glaube ich kann die Stellung halten wir müssen schnell zu unserem freund gehen schnell 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 die sind glaube ich auch weil kommen auch schon mal wo Oh mein Gott was ist das rückzug um ein der Stuttgart und mein Gott wir müssen dann schießen nein nein bitte 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 ja wir haben gecheckt sehr gut jetzt ein paar Zombies ich würde nur sagen die ich dem jetzt anfallen aber trotzdem schießen dass sie mit einheit auch ich gebe gut der Mensch okay ähm wir laden nach und los rein 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 mit Schmerz kommt mal her ich bin ein Ninja au nein nein bitte geh weg ach gut die sind echt so klein und da sind noch Zombies und die können wir uns später wie jetzt? woher kommen die denn her? von der Seite? ähm okay ich beschütze die Festung für eine Minute da oben steht das verbleibende Zeit ich habe Vertreze die Überlebenden bis zum Start ich bin ich bin das aber das ist Materialien nehmen wir mit so viel okay hätte die Welt ist anders geil was ist das Luft Luftschlag was den Tag hat passiert Oha okay geil gemacht das ist gehalten wir beginnen ein bisschen näher okay wir gehen wieder zu fallen wir beschießen noch ein bisschen 1 endlich geschafft ja die Rakete geht okay viel Glück und das ist grad ein Zombie haha der Zombie hahaha das wurde gut gemacht da mit Zombie wo ist der Zombie jetzt gelandet okay nicht so schlimm okay das wirklich nicht so schlimm oh mein oh guck mal die ganze Welt ist voll lila also das stopp das ist ein Zombie im Weltall und was hat sich die sind zu werden ähm Weltall kommen können wir uns spät nicht schlecht wie nenn ich die Bruder ähm und bestätigen und bestätigen okay jetzt müssen wir ein Symbol ein bisschen und dann ein bisschen das heimbar heimbar ich würde mich ja okay wir haben eine Kiste bekommen und ein Geschenk wir haben Waffen bekommen wir haben eine Inventer eingepasst und möchten dir das hier schenken viel Spaß damit danke oh geschenk was ist das oh 865 XP nächster Gegenstand Gold Lama XP oh so richtig viel 3470 XP zwei Karten hier okay danke oh das ist cool danke ah oh ein Weihnachtslama das glaube ich sehr selten wie viel wie packst denn noch oh ah jetzt ja hier ist der Paket also Skin das war und ähm den Skin 5 Lamas das ist cool das ist cool tut mir leid oh 12.000 komm 666 oh oh mein Gott ja die Salama die Salama so selten glaube ich okay noch ein Geschenk wie viel Geschenke okay noch ein Tresor ein Rucksack eine Helama nehme ich danke oh 850 850 ja ach so stimmt ja wir müssen ja Herausforderungen machen und ein bisschen spielen ähm wir können in den Shop gehen ach so ist alles ja wir haben den Skin bekommen und äh Rückners war im Battle Royale kann man den auch auswählen äh auswählen und ich hoffe das Video hat euch gefallen und geholfen und ich würde noch sagen wir sehen uns ja nächstes Mal ciao haut rein zum nächsten Mal Leute